hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video meiner lasius niger kolonie so was ihr hier seht da werden einige von euch bestimmt erst mal die haare rausreißen denn ja das reagenzglas ist außerhalb von der arena jetzt ich habe es rausgeholt sind einfach ein grund ich war jetzt zwei wochen lang im urlaub und als ich wieder kam habe ich ihnen noch mal essen angeboten die haben es dann jetzt aber drei tage lang nicht angepackt und zu trinken haben sie ebenfalls nichts geholt deswegen habe ich gedacht mensch ich guck mal lieber nach ob alles in ordnung ist bevor irgendwas schief geht so wie wir sehen die sind auf jeden fall noch am leben recht munter natürlich ist extrem aufgeschreckt und wahrscheinlich sogar versuchen abzuhauen so ohne die noch stärker zu stören versuche ich doch gerade mal euch zu zeigen wie das vom eingang aussieht da kann man recht schön sehen wie die das von vorne versucht haben also von innen versucht haben zu verschließen mit dem sand den sie sich aus der arena geholt haben und ich habe mir natürlich sorgen gemacht um einige von diesen schwarzen flecken ob das denn eventuell schimmel ist oder nicht bisher scheint es weniger schimmel zu sein als allgemeiner dreck eventuell überresten von den fliegen da hinten sieht man dann auch schon ein bisschen bewegung also wirklich ein ganz kleiner spalt nur noch frei den sie sich selber freigelassen haben um rein und rauszugehen damit sie wirklich ein maximum an sicherheit und geborgenheit haben gucken wir noch mal ein bisschen im detail sieht man auf jeden fall von oben recht gut dass die sich doch recht großen bereich da zugesandet haben so ein moment mal kurz gucken ob wir da ein bisschen näher ran suchen können um ein bisschen sehen jetzt wo ich natürlich ein bisschen ok jetzt haben wir es natürlich ein bisschen hell was ein bisschen schärfer kriegen ja das sieht so aus als ob die königin da auf den eiern legt liegt das mal was ich meine ist hier unten sieht er dass das ist so ein haufen eier ich kann da nicht so nah ran suchen das ist auch schon besser jetzt haben wir hier ein bisschen mehr detail und ich frage mich ein bisschen wie das so lange dauert insgesamt würde ich alle die eine die versucht das wahrscheinlich auch ein bisschen in die watte jetzt reinzudrücken mit den eiern ob die eventuell ein bisschen mangel an wärme haben wer weiß mangel an essen und flüssigkeit sollten sie eigentlich nicht haben dafür habe ich den das zu stark gegeben die ganze zeit das ist natürlich das reagent das wird auch nicht sauberer wird immer schwieriger rein zu gucken ich mache mir ein bisschen sorgen dass das schimmel an dieser watte innen drin sich vielleicht bildet ich hoffe dass die dann früh genug rausgehen würden aber naja richtig kommunizieren kann ich das den tieren natürlich auch nicht ich nehme an dass die jetzt einfach ordentlich eier legen also die königin jedenfalls und die warten bis das ein bisschen aus sagen wir bis die ausschlüpfen ich hätte eigentlich gedacht dass es nicht länger dauern sollte als ein monat und gut viele pygmen sehe ich jetzt nicht und ich habe auch schwierigkeiten zu sehen ob sie denn da irgendwo eine fliege mal drin haben zu essen oder ob sie wirklich keine brauchen weil das hinterteil von ihnen sieht eigentlich recht groß aus und so wie ich das richtig verstehe wenn es recht groß ist heißt das dass sie eigentlich noch genügend nahrung haben und die miteinander teilen so hier kann man es noch mal ein sehen die königin bewegt sich jetzt nicht sehr viel aber das ist ja auch naja gewollt die soll sich ja nicht stark bewegen die soll sich eigentlich ja mit den eiern nur ausruhen so ausruhen keine spa hier wirklich auf den kopf stellen will ich nicht weil dann stelle ich sie einmal zu stark durch gucken wir uns lieber noch mal den eingang ein bisschen an da ist ein bisschen unscharf gerade zu dreckig sieht er jetzt nicht aus ich werde mal kurz und unten gucken da gibt es nämlich eine stelle wo ich ein bisschen sorgen habe vielleicht sieht das da unten rechts das sieht leicht gelblich aus an dem sand ich hoffe dass das kein schimmel ist gut scheint die zahl kein schimmel zu sein da habe ich die aus dem bild raus gezogen jetzt könnte sie noch mal von vorne ein bisschen sehen so ein moment das wichtig mal ordentlich halten da kann man noch mal ein bisschen was sehen von denen so und jetzt schön der handykamera ranzoom dass man da richtig schön anfängt jede verpixelung zu sehen ok naja das ist jedenfalls der stand von innen momentan immer wieder raus mit dem suchen sollte eigentlich passen gut dann machen wir doch jetzt folgendes irgendwas mal wieder rein im moment naja da habe ich mich gerade ein bisschen blöd getan so ein moment ich werde mal kurz die kamera umschwenken so hier das bild sollte euch ja bekannt sein das ist die arena jetzt jetzt mal reinlegen so hier sind sie wieder an dem platz an denen sie gewöhnt sind wie ihr gesehen habt hier links menschen wird mir mal kurz den zeigestab holen hier klasse natürlich wieder bewegt hier ist das ganze der sand ist natürlich recht feucht geworden das ist ganz einfach weil ich beim einlegen hier von dem wettchen hier und dann das besprinkeln einiges ein bisschen feucht gemacht habe oder fällt mir ein dass ich den wirklich gerade das reagenzglas falsch reingelegt habe ok jetzt habe ich sie einmal ein bisschen durchgedreht aber hoffentlich drehen die nicht durch aber das musste ich jetzt machen weil sonst den eingang auf der falschen seite haben und dann müssen sie sich wieder raus graben ist ja auch nicht sinn der sache gucken ob wir noch mal ein momentchen reinkommen können also ja der zoom der gibt dann nicht viel mehr her ok das ist also momentan der aufbau wie ihr seht noch recht bekannt und da links auf dem podest ist nach wie vor eine fliege für die weiß nicht ob die sich die irgendwann nochmal schnappen dann haben wir hier auf jeden fall noch mal ein reagenzglaschen mit watte und wasser gespannt ob sie sich daran weiter bedienen werden aber eine sache die sich auf jeden fall geändert hat ist folgendes schwenken wir das mal hier leicht rüber so wie ihr sehen könnt ich habe jetzt die farm angeschlossen und zwar angeschlossen habe ich die von heute langweiligen sachen an auf der rechten seite von der arena rüber hier auf ein t stück moment so hier das t stück hier und hier natürlich watte ganz einfach wenn ich dann später entscheide dass ich hier rechts noch was anderes anschließen will was weiß ich vielleicht eine zweite arena oder vielleicht auch einfachen stulpen mit sagen wir noch einen anderen reagenzglaschen hier dann so etwa so eine lösung etwa dass ich die so rum anschließen würde könnte ich da ein reagenzglaschen mit wasser oder nahrung einfach hinlegen und das eventuell einfacher austauschen anstatt die arena folgendes ich will eigentlich dass die wirklich bald umziehen und zwar in ihr nest richtig zwingen kann ich die nicht aber wenn es dann passiert dann werde ich hier mal kurz die arena aufräumen und zu diesem ganzen diese momentaner sand lehmenschung rausholen und dann reine sandmischung rein tun die ich mir fertig gemacht habe und sterilisiert habe so ein kleiner schwenk über das regal und dann kann ich den hier auch hier die schön abgekochten und im backofen getrockneten hölzer und nadelzannen reinlegen damit das auch mal nach was aussieht so zurück zum ort des geschehens recht interessant das nest ist jetzt angeschlossen ich glaube nicht dass die allzu bald einziehen werden momentan ist es auch von innen beschlagen das heißt ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht so viel sehen was ich aber euch erklären kann ist dass ich hier natürlich und was ihr sehen könnt ist dass ich die zwischengänge wie versprochen mit sand gefüllt habe das ist größtenteils eine naja sand lehm mischung wobei der großteil wirklich sand ist ein sagen wir wahrscheinlich ein drittel oder wahrscheinlich eher zwei fünftel davon sind leben ganz einfach dass der dass der leben hier von innen nicht zu sehr die scheibe beschlägt aber ein bisschen leben dass das ein bisschen stabilität bekommt ich weiß auch nicht oder ich wusste auch nicht wie sich das ganz verhält wenn ich das denn hier befeuchte über diesen mittleren jetzt mittlere reservoir der sand bewegt sich ein bisschen wird ein bisschen rausgeschwemmt das hatte ich gehofft dass das nicht passiert als es passiert ich will es aber auch nicht noch mal öffnen und gut er schließt aber nach wie vor recht gut ab meine hoffnung ist einfach dass die recht schnell verstehen was ich denn machen will und soll dass sie sich das schritt für schritt freilegen die beiden kann man direkt am eingang sind die kleineren als die hier hinten das bedeutet die haben am anfang weniger platz was ich jetzt machen werde die nächsten tage ich werde es nach wie vor schön befeuchten hier das tuch drauflegen das sollte es dann eigentlich richtig schön abdunkeln in der hoffnung dass die ameisen sich entscheiden irgendwann umzuziehen und dann hoffentlich in der im nest ein besseres zuhause finden werden so das war es eigentlich auch schon mit dem update der stand momentan die ameisen sind sozusagen an der ja beschäftigt mit ihrer fortpflanzung leute vielen dank fürs zuschauen bitte hinterlässt jegliche kommentare und anregungen und gerade verbesserungsverschläge und tipps und erfahrungsberichte in den kommentaren ich bin auch sowas wirklich angewiesen weil selbst wenn ich im netz irgendwas finde da gibt es dann immer widersprüchliche informationen sagen wir auf der einen seite gibt es ja an der webseite wieder was anderes also leute vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss